Ekaterina Leonova heizt mit einem neuen Instagram-Posting die Gerüchteküche um sie und Timon Krause noch einmal ordentlich an. Ekaterina Leonova? Ist Timon der Grund für ihr Strahlen? Schon kurz nach dem Let's Dance Start gab es erste Gerüchte, dass sich zwischen Ekaterina Leonova, 36, und Tanzpartner Timon Krause, 29, etwas entwickelt haben könnte. Zu dem Zeitpunkt befanden sich beide noch in einer Beziehung, waren sogar jeweils mit einem anderen Partner verlobt. Doch beide Beziehungen sollen während der Let's Dance Dreharbeiten gescheitert sein. Obwohl die Funken zwischen ihnen nicht zu übersehen waren, wollen sowohl Ekaterin als auch Timon sich zu den Gerüchten über eine romantische Verbindung nicht äußern. Die gebürtige Russin betonte zuletzt, ihre Privatsphäre wahren zu wollen. Doch an Timmons Geburtstag überraschte die 36-Jährige ihre Fans mit einem Posting. Zu einem gemeinsamen Bild der beiden schrieb sie, heute hat ein Teil vom Team T-Cut einen ganz besonderen Tag. Eine faszinierende Persönlichkeit, die so vielseitig, so talentiert, aber gleichzeitig genauso bescheiden und bodenständig ist, hat heute Geburtstag. Timon Krause Tatsächlich habe ich selten solche Menschen wie dich, lieber Timon, getroffen, die so viel Positives in sich trägen, die jedem Menschen nur Gutes wünschen, die so ehrlich, fair und offen sind. Zwar keine offensichtliche Liebeserklärung, aber dennoch schöne Worte. Aufmerksamen Followern fiel dabei sogar auf, dass Timon auf dem gemeinsamen Selfie ein Hemd trägt, welches Ekaterina bereits auf verschiedenen Fotos anhatte. Ein Hinweis darauf, dass sie sich an seinem Kleiderschrank bedient? Ekaterina Leonova ist überglücklich. Mit ihrem neuesten Foto könnte die Profitänzerin ebenfalls einen Hinweis auf das Liebesglück mit dem Mentalisten geben. Dort posiert Ekaterina auf einem Boot auf dem Starnberger See. Die 36-Jährige strahlt bis über beide Ohren und schreibt dazu. Ich glaube, mein Lächeln sagt mehr als tausende Worte. So glücklich fühle ich mich. Ich muss echt lachen. Durch dieses Lächeln sieht man meine Augen nicht mehr. Kein Wunder, dass sich ihre Fans fragen, wer das Foto geschossen hat. Doch die meisten sind sich sicher. Auf der anderen Seite der Kamera steht Timon. Wie auch immer. Ganz offensichtlich hat Ekaterina trotz Trennung von ihrem Verlobten jeden Grund zur Freude. Ob Timon dahinter steckt, werden die Fans wohl vorerst nicht erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank.